Mein Name ist Imga Trunkel. Ich bin Geschäftsführerin der Geosystems GmbH. Zusammen mit meinem Team unterstützen wir Sie, Ihre Geodaten in wertvolle Entscheidungshilfen zu übersetzen. Wir sind sehr stolz darauf, als Premium Partner von Hexagon Geospatial ein weltführendes Technologieunternehmen zu vertreten. Damit können wir für unsere Arbeit und für Sie Technologie aus Fernerkundung, GIS, Fotogrammetrie, Datenbankmanagement und mobile Lösungen anbieten. Geosystems hat eine langjährige und große Erfahrung. Damit haben wir uns ganz bewusst dieses Jahr das Wort Problemlöser rausgesucht, weil das ist unser Ziel, zusammen mit Ihnen Ihre Probleme in den Geodatenbereichen zu lösen. Dieses Jahr kommen wir mit einer brandneuen Lösung, Map Enterprise, ein organisationsweites System, Geodaten für Ihr Unternehmen aufzubereiten und geografisch darzustellen. Und das dynamisch und immer aktuell. So kann von Management-Ebene über den GIS-Anwender bis hin zum Arbeiter draußen vor Ort jederzeit dynamisch Informationen abgefragt werden. Sehr einfach, sehr plausibel, sehr verständlich. Wir sehen auch hier im Preismodell große Chancen, dass dieses Produkt am Markt eine große Zukunft hat.